So, wir haben jetzt unsere liebe Patientin, sie hat jetzt mehrmals sich Universe Skin Serum geholt. Jan, wollen wir mal fragen, was so ihre Erfahrung damit ist und wie sie das findet. Finden Sie das gut mit Universe Skin? Ja, ich bin ganz zufrieden und das hilft mir wirklich, deshalb möchte ich es noch einmal haben. Sehr gut, sehr gut. Ja, man sieht wirklich die Ergebnisse, die Haut sieht viel besser aus. Viel, viel besser. Meine Haut, meine Augen ringen, alle sind schön, viel, viel besser geworden. Super, das freut uns sehr. Vielen lieben Dank. Und ich sage auch auf Versich, wenn ich. Ja. Wir haben eine Dussane Aziz, die Iraniere Aziz, mitgegen, dass wir wirklich die Arbeit mit dem Dr. Razia sind. Wir haben eine Dussane Aziz, die mir mitgebracht hat, und wir haben viele Tatsüre gut gemacht, und wir haben uns zu sehen. Wir haben eine Dussane Aziz. Wir haben einen Geraden, der und wir haben einen Geraden. Wir haben einen Geraden und einen Geraden. Wir haben einen Geraden. Warum Helden Sie? Ich möchte einige Karten haben, die sich in einem bestimmten Schützlern oder die meisten Machen, die wir machen, die wir in einem bestimmten Schützlern haben, machte sehr gut. Wir sind eine Verkunfts-Sinahe, wir haben auch einen Wort. Wir haben auch eine Bedeutung, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir deine Arbeit haben, weil ihr zu helfen, dass wir ihr helfen können, dass wir die Verpflichtung und die Bedürfnisse und die Zügung haben, sie zu machen. 12 Jahre alt! MashaAllah, ich bin in der Tat. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh.